4. Botschaft von Abdrugin am 11. Oktober 2023 Überbracht an Elisabeth Silvia Angelika Bayer Welch Schmerz wurde ihnen zugefügt von ihren angeblichen treuen Freunden und Begleitern. All dies hängt in der Luft, im Äther. Es war 1938, als dieses Dickricht und Dornengestrüpp überhandnahm und nichts mehr vorwärts ging. Alle Berufenen erfasste der Bann der Angst. Das Hakenkreuz drohte als Warnsignal vom Berge warnend ins Tal. Wie sie erfahren durften, stand in alten Schriften viel Ungeheuerliches über diesen edlen Berg, der von der Menschheit hochgehalten werden sollte. Und sie haben es wieder und wieder versucht, das Höchste und Heiligste, was ihnen gegeben wurde, zu stürzen. Der Schmerz in den Menschen ist so groß. Sie haben gewählt, Gott zu verlassen, ihm den Rücken zu kehren und kennen nichts anderes, als ihm, den Höchsten, jetzt zu beschuldigen, wegen dieses Herauswurfes aus dem Paradies, das die Kirche so allgemein verkündet. Wohlwollend im Argen gebären die Menschheit zu täuschen, ob ihres eigenen Willensaktes als Fehler zu erkennen wäre ihre Angelegenheit. Ein Willensakt der Reue die einzige Lösung. Doch wohin ließen die ehemals tief an Gott Gläubigen sich hetzen, in die Tiefe, aus dem sie kein Lichtstrahl mehr empfangen konnten? Wie anders kann solch eine tief gefallene Menschheit handeln, als anzuklagen den, der ihnen aus höchster Höhe als Rettungsanker gesendet, Willens sich diese Gefahr zu begeben aus Liebe zur Menschheit? Welch Grauen dem, der dies erkennt und empfindet! Wie abstossen muss er all dieses Gewürm um ihn selbst herum wahrnehmen? Zu groß erscheint die Schuld und die Scham, wieder aufblicken zu können, ohne verworfen zu werden. Mit Dreck und Staub bedecken sie ihre Gesichter, die Augen erblicken nur noch Dunkelheit, mit ihren Gedanken und Schriften gegen mich, hat es sie und noch tiefer gerissen. Doch mein Schwertschlag wird die göttliche Ordnung wiederherstellen. Was verdorben wird, den Planeten verlassen. Nur die, die in der Lichtsehnsucht stark stehen, die Ja sagen zu Jesus Christus und Immanuel, sie wird die frohe Gründe der Errettung erreichen. Die anderen stecken viel zu tief in den Gedankengebäuden der Presse und aller Medien. Die Politiker sind nur ein Resultat einer Widerspiegelung der Gedankenformen, die sich durch niedrige Baren manifestieren konnten und mussten. Wagt es nicht, mich, Abdrushin, in Verruf zu bringen? Von Jens dann wird alles richtiggestellt, aus der Wahrheit heraus, verflüchtigt sich aller Widerspruch. Alle Argumente sind leer, die meiner Lehre entgegensprechen. Sie verhallen im Nichts, weil außerhalb der Wahrheit nichts ist. Die Menschheit verlangt nach Wahrheit, nun kommt ein leises Ahnen, was sie heraufbeschwörten mit ihrem Abdriften aus den Lichtstrahlungen, die sie angebunden halten sollten an ihre Heimat im geistigen Reich. Ich bin da, immer in ihrer Nähe. So soll es sein, Gott wohlgetan. Danke für die große Gnade, ihr Sprachrohr zu sein dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank.